An der aufgeräumtheit dieser Wohnung kann man erkennen, dass bei uns heute wieder Reisetag ist. Ich bin nicht mehr getragen. Um 9.50 Uhr die Rucksäcke zugemacht und um 11.59 Uhr. Und um 12 Uhr wurden wir abgeholt. Jetzt sitzen wir in unserem ersten von einigen Stops. Die nächsten Tage werden alle ziemliche Reisetage. Also die nächsten Tage sind wir eigentlich nur unterwegs von einem Ort zum nächsten, bis wir endlich bei unserem finalen nächsten Ziel ankommen. Aber heute geht es erstmal bis nach Krabi, ganz unspektakulär. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Bus, dann wieder auf die Fähre und da geht es dann mit dem Bus weiter bis nach Krabi. Jetzt ist 12 Uhr, wir kommen da ungefähr um 9 Uhr an. Und was wir noch sagen können ist, dass wir nicht in Thailand bleiben werden, weil unser Visum ist ja bald abgelaufen. Das heißt, wir verlassen auf jeden Fall Thailand. Wir müssen den Bus wechseln. Genau, jetzt wechseln den Bus und dann den Bus. Mal gucken. Ach, es sind Reisetage nicht schön. Du lernst aber schnell thailändisch. Ja, ja, ich bin da. Ich bin da recht schnell. Jetzt steigen wir auf die Fähre. Wir fahren jetzt mit der Autofähre von Koh Samoy. Und von dort aus geht es wieder weiter mit dem Bus nach Sabi. Genau. Jetzt sind wir angekommen. Wir sind jetzt in Donsac und steigen von der Fähre runter. Wieder zurück in unseren Bus. Wir sind jetzt in Suratani angekommen und warten hier auf den nächsten Bus und müssen wieder umsteigen. Das sind, glaube ich, die häufigsten Stops, die wir jemals hatten auf so einer kurzen Strecke. Neuer Bus, neuer Abschnitt der Reise. Wir haben uns jetzt auch was zu essen geholt. Das ist auch unsere erste Mahlzeit des Tages. Für Lisa gibt es ein Chicken Sandwich. Für mich gibt es Green Curry with Rice. Es ist jetzt halb neun. Eigentlich die Zeit, wenn wir ankommen sollten. Wir sind aber noch 100 Kilometer entfernt von Krabi. Schauen wir mal, wie lange die letzten 100 Kilometer brauchen. Aber wir sind noch guter Laune. Ja. Wir haben einen Sitzplatz im Gegensatz zum Großteil der anderen. Und unser Flugzeug startet, der ist morgen vormacht. Wir sind inzwischen seit 10 Stunden unterwegs und brauchen bestimmt noch eine Stunde. Wir sind noch 50 Kilometer und dann müssen wir noch unser Postel suchen. Ich glaube, das ist der finale Schritt unserer Reise. Das letzte Transportmittel. Ich muss morgen früh gleich wieder weitergehen. Und zwar dieses Großraumtaxi. So, ich würde gern einchecken. Jawohl, welche Nummer denn? Kein Plan. Hier ist niemand. Aber hier steht, man soll aus dem Körbchen. Außer jetzt schauen wir mal. Aus dem Körbchen im Körbchen ist aber nichts. Hä? Was soll das denn? We already have room 202. Ah, die haben sich verschrieben. Ich glaube, das sind wir. Glaubst du, das sind wir? Ja komm, gehen wir da einfach rein. Wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden und versuchen einfach, ob der funktioniert. Die merken gar nicht, dass wir da waren, weil wir auch schon wieder weg sind. Wenn die Rezeption öffnet. Hallo. Ich glaube, das ist es. Jawohl. Ja, für 9 Euro. Du, das ist ja fertig. Hier hat schon alles zu, denn jetzt ist es schon nach 11 Uhr. Und ich laufe jetzt noch schnell zum 7-Eleven hier um die Ecke und kaufe uns noch irgendwie so ein Sandwich oder sowas. Dann war es für uns auch, denn morgen müssen wir bereits um 6 Uhr wieder los, weil wir zum Flughafen müssen, um unseren Flug zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.